herzlich willkommen zurück bei anno 1602 und wir wollten unser goldvorkommen ein bisschen aufstocken ein marketing place goldschmiede gemiede hier wollte ich doch hin dass es ein bisschen zügiger geht alles rauchschwaden ziehen durch die gast sobald ist noch in meiner reich ja feuer hier komme ich gönne euch eine feuerwehr ja ich lasse die feuerwehr noch mal stehen was wir auch machen könnte theoretisch hier einfach so ein haufen tiefe erzminen dransetzen und dann setzt die vorsäge freuen wir uns nee dann bringen wir hier und das ist jetzt noch nach oben kümmert die insel hier auch noch wegschmeißen hier so brauchen wir nicht mehr du musst ein eisen herz kannst du nimmst das aus dem repertoire raus wir hören auf das hier zu ver- einzukaufen wir laden hier das werkzeug mal ab und schüppern das schiff hier wieder rüber hören auf das hier einzukaufen dann dürften allgemein nichts mehr einkaufen so hier marktplatz einmal wein gut zweimal wein gut einmal wein schlecht jetzt die vorsäge setzt neuen kurs schiffs reparatur beendet setzt neuen kurs züglich alkohol wird auch enger jetzt hier aus so alkohol und tabak ist auch nicht so viel da könnte man mal erhöhen die produktion da fällt mir gerade ein ich habe ja auch noch gar nicht den hafen super fett ausgebaut so werkzeug holz steine werden wir auf jeden fall noch brauchen und werkzeug haben wir ja genug so dann können wir auch schon mal anfangen hier stoffe kleidung zu produzieren so also ein goldschmier ja goldschmier wird der neuen setzung gut dann warten wir noch mal kurz warten war noch mal ganz kurz und kommen wir uns hier mal um den alkohol so 1 2 1 2 so 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 So, mal kurz verdreifacht die Produktion. Mit dem Tabak machen wir das jetzt ähnlich. Mal hier eins. Eins und zwei. So, drüber, drüber, hierhin und dorthin. Dann machen wir hinten einfach nochmal eine Tabakplantage hin. Keine Ahnung, wie effektiv die da sein wird, aber ist auch egal. So, und da noch ein Wehchen. So. Weiter weglaufen konnte er jetzt halt auch nicht. Nein! Nein! Das Haus, was niemals hätte anfangen dürfen, zu brennen, tun sein. Es brennt. Ich kann nichts dagegen tun. Setzt die Vorsäge! Ich glaube nicht. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Oh, mal weg da, das Feuer. Das ist sehr bedauerlich, aber da muss da halt ein bisschen mehr Grünfläche hin. Ei, ei, Käpt'n! So. Kannst nochmal wieder zurückkommen. So. Du, 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 du. Alkohol, Tabak, Kakao, Klamotten müssten jetzt langsam ansteigen. Können wir eigentlich auch nochmal hier einen zweiten von den Zimmern. Dann gucken wir mal nach der Goldmine. Und natürlich dem Goldschmied. So, der passt da einfach nur zu perfekt hin. Er kann leider nirgendwo anders hin. So. Und da kommt der andere hin. Sobald ich genug Werkzeug habe. Naja, so legendär viel Plus mache ich gar nicht. Ich brauche Kakao. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Jaja, ist ja gut. Ankerlichten! So. Nehmen wir mal Baumaterial hier runter. Hier haben wir kein Kakao. Brauchen wir denn überhaupt Kakao? Hier oben. Stimmt. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja. Gut erkannt, Sherlock. Obwohl die Gewürze... Genau, die Gewürze können wir von hier weg machen. Expandieren wir nach hier unten. Exportieren, nicht expandieren. Dann machen wir das alles noch zu Kakao. Und die Holzfäller kommen noch weg. Jawohl. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Holzfäller an. Oh, da kann ja auch noch einer hin. Du kommst nochmal bitte zurück. Wenn du das jetzt ab sofort sein lässt. In die Wanten! So, jetzt darfst du. So, Kakaoplantage. Zack. Eins, zwei, drei. Drei. So. Ne, passt nicht. So. Eins. Zwei. Zwei. Drei und vier. Und hier kriegen wir auch noch einen hin. Hier kriegen wir noch einen hin. Und hier ebenso. Sehr schön. Eure Stadt wächst und gedeiht. Das ist doch schön. Ich hoffe mal, das reicht an Kakao. Ich glaube, ich muss hier vielleicht nochmal einen Marktplatz hinsetzen. Scheiße. Moment. Ja, es ist, äh, so wollte ich den da haben. Hätte ich einfacher haben können. Aber einfach kann ja jeder. So. Das ist jetzt alles hier runtergecruised. Du hast Kanonen geladen. Gehrest du bitte von hier nach da und nimmst Kakao mit. Los geht's. Gut. Und baut. Mehret euch und erfreut euch. An den Ressourcen, welche ich da habe. Okay, den fehlt ein Theater. Ein Theater. Guck mal, passt du hier noch besser hin als da oben. Boah, ich muss nur mal jetzt ein Geld. Gewürze. Stoffe braucht er bestimmt. Schmuck. Gold. Cruising mal hingucken. Naja, fast. Nahrung braucht er auf jeden Fall. Warum ist das Schiff jetzt eigentlich schon wieder nicht losgefahren, ey. Kannst du eigentlich überhaupt was? So, Nahrung können wir übrigens dann auch noch mitnehmen. Ja. Neuen Kurs. Und dann können wir hier ein Theater. Ihr werdet von mir. Bitte tun mir nicht weh. Damit hat sich unser Geldproblem dann auch erstmal gelöst. Und wir bauen mal eine schöne Werft hier irgendwo hin. Ankerlichten setzt neuen Kurs. Hm, Aristokraten. Mensch. Moin. Teilweise noch Sieder, Siedler, teilweise schon Aristokraten hier. Ja, passt doch alles einwandfrei. Wundervoll. Die Bürger eures Reiches verabschiedet ihr euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Ich würde sagen, das kommt vor unseren Triumphbogen. Allgemein. Der Holzfäller hier hat auch seine Schuldigkeit getan. Der kann mal weg. Wo, 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 wo. Hm, 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 hm. So. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, kann passieren. Und ich könnten wir ja mal... Ich könnte ja mal... Wo, wo, ihn hier losschicken? Nach hier oben. So. Hüllst du dir auch nochmal ein paar neue Kanonen ab? Schiffsreparatur beendet. Du darfst dann weiterfahren und du bringst mal das Zeug hier runter. Okay, Feuerwehr kommt da nicht dran. Das ist natürlich nicht so schön. Ach, da fehlt auch noch ein Haus, Mensch. Ich wollte schon sagen, das Schiff ist aber losgefahren, ne? Nicht, dass das wieder irgendwo braindead rumsteht. Falsches Schiff. Das ist das Richtige. Setzt neuen Kurs. Eure Stadt hat 1000 Einwohner erreicht. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Dem kann ich bestimmt auch noch was Gutes tun. Aber erstmal muss ich mich hier um meine Stadt kümmern, dass ich hier nochmal ein paar Gewürzplantagen hinbekomme. So. 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 so gewürze genau wäre alles würde alles weniger was wir vielleicht daran dass ich einen marktplatz gebaut habe aber nein das glaube ich nicht nicht nur stoffe müsste auf jeden fall mehr werden tabak alkohol da können wir hier oben noch mal ein bisschen was hinsetzen auf jeden fall da müssen wir mal von hier oben die steine holen ach so ja die haben ja kein holz mehr pass auf dann machen wir es wie folgt eins zwei drei holzfälle noch dazu sagt sagt stück die mauer kommt da weg die bürger eures reichen diesmal hier oben wieder diesmal kommt das denkmal hier vorne hin so holz sollst du noch mitnehmen sie haben das hier gerade mit der nahrung aus warum müssen die so wenig also wirklich da müssen wir doch nochmal hier ein bisschen was produzieren ja so machen wir das so passt das diesmal war richtig drei beide lauern euch auf so So, Becker, Becker, ein Marktplatz, zweiter Marktplatz, der kommt weg, der kommt hin, so. Perfekt, fehlt nur noch der Becker, und dann kann die Nahrungsproduktion auch starten, sehr schön. So, brauchen wir hier mal ein bisschen mehr Holz. Das hier einmal abladen. Abladen. So, tuto. So, und den hier auch noch. Okay, dafür fehlt mir jetzt Holz. Und dann können wir eigentlich auch mal Spaß selber hier. Die Steinwege, genau. Oh. 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 Darf ich es mal wieder vercheckten, Fischer zu bauen. Auf jeden Fall richtig schön, höchst intelligent. So, dann sind wir die ganzen Wege auch aus Stein. Dann bauen wir mal hier die Welle mal wieder neu. Einfach mal so. So, wie wir es gerade können. Können wir das nicht abholen? Ach, weil da dieses Kackting fehlt. Da fehlt mir ein Stein. Ein klitzekleiner Stein fehlt mir da. Oh nein. Was soll das sein? Dieser Stein. So. Mehr geht nicht. Setzt neuen Kurs. Oh, sie brauchen Kleidung. Kleidung wollen wir haben. Eh, fast ja nett. So, wie sieht es bei euch aus? Nahrung. Eigentlich können wir Nahrung und Stoffe und Gewürze ja von hier mal darüber schleppen. Nahrung, Stoffe, Gewürze, Nahrung, Stoffe, Gewürze. Aber bevor wir jetzt, ähm, das machen, sorge ich mal lieber dafür, dass unsere Nahrung... Sieht das ja nicht ganz gut aus soweit. Da fehlen noch ein paar Aresquaten. Aber wenn, ja, die Nahrungsversorgung, die muss auf jeden Fall hundertprozentig passen. Ist die hier drüben schon richtig angelaufen? Ja. Die ist schon richtig angelaufen. Machen wir einfach mal sicherheitshalber. Wenn wir denn auch noch den weißen Spieler mit versorgen wollen. Das ist vermutlich echt nicht verkehrt. So. So liefe er, er mir Holz. In Massen. Nicht in Maßen, sondern in Massen. Ach, ja. Na komm, jetzt hat sich grad das Holz verabschiedet. Kommt noch. Hört mal aufzubauen. Das läuft hier ansonsten nicht. Das ist auch sofort aus, ne? Fünf Minuten dürfen sie mal nicht bauen. Und dann geht's direkt hier steil. Also ordentlich ist. Ja, ja. Ist ja gut. Hab ich mitbekommen. Ach, warte mal. Wir können doch hier... Wir haben doch hier so ein nettes Flüsschen. Können wir doch mal hier die richtig geile Wassermühle hinzimmern. So Und dann kommt hier Der Bäcker hin Und ich denke dann sollte das reichen Dann müssen wir uns nochmal um die Stoffproduktion kümmern Dass die noch ein bisschen erhöht wird Dass wir den mittragen können Eins und zwei Und eins und zwei Zweiter Marktplatz Machen wir direkt hier vorne hin Oh nein Nicht die exorbitant gefährlichen Super starken Freibeuter Die ist noch nicht mal Gegen eins meiner Schiffe schaffen Noch nicht mal zu zweit Hier ist aber noch alles gut Oh Kleidung ist immer noch nicht viel mehr Können wir nochmal kurz Nachrüsten Schiffsreparatur beendet So sehr schön Sehr schön Damit dürfte das auch passen Hier nochmal ein bisschen Gewürz hin Marktplatz Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 So. So. Ach ja. Ah, ups, was war das denn? Das war jetzt nicht so geplant. So, damit dürften wir Nahrung, Gewürze und Stoffe in Überfluss produktionieren, sodass er ja auch was davon abkriegt. Brauchen wir noch Alkoholstoffe und Schmuck. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien gezogen. Ja, das ist aber doch oben. Ja, ich darf mich jetzt nicht mehr dein scheiß Baumaterial nennen, du Affe. Gut, die Insel ist mir egal. Hier können wir... Hier können wir... Nahrung ist aber tolle wenig, du hullala. Ich würde sagen... Bedienen wir uns mal an dem ältesten Trick. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Und du musst nochmal kurz aufhören, hier die Nahrung abzuholen. Stoffe und das andere kannst du von mir aus machen, aber das... Nahrung ist aber doch noch nicht genug hier, also... Da müssen wir nochmal kurz nachrüsten. So. Noch mehr Fischer. So, in etwa. So, hier, so, ja, so. Easy. So, ganz kurz geschaut. Nein, es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Oh, gewürzt. Oh, dolle wenig jetzt hier schon wieder. Ich dachte echt, das würde reichen. Gut, dann lassen wir das nochmal. Tabak ist wenig. Ein Schiff wurde repariert. Das gefällt mir nicht. Tabak ist wenig, ist irgendwie alles wenig. Holz brauchen wir da drüben. Anker lichten. Mano. Ich war mir fast sicher, dass es reichen wird. Ich war mir fast wichtig, wenn es großartiger ist. Und? Da wäre es immer etwas... Ich war mir fast auf 7... ... Ich war mir gefällt mir". Ich war mir fast mindfulness. Und Birthday toi? Na dir- Wie gesagt, Tabak muss noch mehr her. Der Tabak. Alles für die Raucherlunge. So. So vielleicht. Plopp. 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 So. Hier noch eins hin. Da noch eins hin. Eure Stadt wächst und gedeiht. Das ist ja sehr schön. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Tabak hingesetzt. Und hier kommt dann jetzt nochmal ein bisschen Weintrauben hin. Natürlich fehlt mir da jetzt ein Stein. Das ist jetzt ganz wichtig. Oh, hier vorne kriegen wir auch noch einen hin. Und dann haben wir nochmal ein paar mehr Steine. Bevor wir sie abholen können, verbauen wir sie natürlich erstmal wieder. Sollte reichen. Wie schaut's hier aus? Nahrungsstoffe, Alkohol, Gewürze, Schmuck. Also einfach alles. Setzt neuen Kurs. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Dann. Bym, 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 bym. Sop. So. So. Nice. Sehr, sehr geil. Das wäre doch was. So, da noch ein paar Fischerhütten dran. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Nein, 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 nein. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Das ist richtig. So, Nahrung. Heilig. Schmuck. Gold. So. Und ja, unten machen wir mal. So, mehr kann ich jetzt auch nicht mehr tun. Brom, 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 Brom. So, das könnte er alles haben. Der muss es ja dick haben, so. 1.300 Einwohner braucht er doch nur. Ah, okay, jetzt hat er es. Sehr schön. So, Arrestokraten. So, Arrestokraten. So, Arrestokraten. 1.000 Stück brauche ich. 1.500 Leute leben hier. Davon müssen 1.000 Arrestokraten sein. Ja, guck mal, 87. Ja, das sind tausend Kaufleute. Ja, das sind ja alles Kaufleute. Hier sind sogar Arrestokraten bei. Und. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ich würde sagen, ich habe meine Aufgabe vortrefflich gemeistert. Keine Ahnung, wie lange wir jetzt gebraucht haben. 5, 6 Folgen? Bestimmt. Aber. Wir haben es gepackt. Wir haben blau vernichtet. Weiß geholfen, eine wunderbare Stadt zu errichten. Und selber auch zwei exquisite Städte erbaut. Ja. Ich würde sagen, es hat echt ziemlich gut gepasst. Also ich hätte gedacht, wir werden schneller fertig. Aber im Endeffekt hätte es ja gar nicht besser laufen können. Das ist ja eine ziemlich gute Zeit, würde ich sagen. Um jetzt an dieser Stelle direkt die Folge zu beenden. Was uns in der nächsten Mission erwartet, in der letzten von der Kampagne... Wie hieß die nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Oh Gott, bin ich doof. Auf zu neuen Ufern, natürlich. Auf zu neuen Ufern. Da kommt jetzt gleich die letzte Kampagne. Kampagne-Mission. So rum. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und hoffe doch, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Und bis dahin. Gehabt euch wohl, wertes Volk. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.